Etwas Gutes, etwas wirklich Gutes passiert gerade im Kino. Wir Frauen holen uns die richtigen Rollen. Wir sind endlich keine verliebten sprachlosen Requisiten mehr. Wir warten nicht darauf, von einem Prinzen gerettet zu werden. Jetzt sind wir die Helden und Schurken. Wir wehren uns und wir schlagen zu. Wir sind da, um die Welt und sogar die Galaxie zu retten. Im Jahr 2017 hat einiges die Filmbranche erschüttert. Hinter der Kamera haben Frauen sexuelle Übergriffe auffliegen lassen. Skandale. Eine Bombe nach der nächsten schlägt ein. Vor der Kamera haben Frauen ihre Superkräfte gezeigt. In den Filmen wie Wonder Woman oder Star Wars. Nur ein Zufall? Ich glaube nicht. Egal, ob im Alltag oder im Kino. Warum kommt dieser Wandel gerade jetzt? Das will ich eine Filmproduzentin fragen. Alice Brauner hat 2017 den deutschen Businesswoman Award gewonnen. Wegen ihres Mutes, ihre Filme ganz neu zu denken. Was brauchen wir, damit wir ein gleichgewichtiger Schlechter auf der Leinwand bekommen? Naja, also auf der Leinwand brauchen wir definitiv mehr starke Rollen, wie wir sie mittlerweile in Serien haben. Also wenn man an Serien denkt wie Goodbye, The Killing, La Monde. Das sind ganz spezielle, tolle Frauencharaktere. Das sieht man im Kinobereich noch nicht so stark. Auch international sieht man das noch nicht so stark. 2017 war ein sehr, sehr gutes Jahr. Wir haben Filme wie Shape of Water, wir haben Filme wie Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Frances McDormand, das sind ganz, ganz starke Frauenrollen. Aber wir brauchen viel, viel mehr davon und ehrlich gesagt auch hinter der Kamera viel mehr mutige Frauen. Was würde das ändern, wenn Frauen die Hauptrollen übernehmen in dem Film? Der Film prägt ja die Gesellschaft sehr stark. Dann kriegt man auch einen anderen Respekt gegenüber Frauen. Dann würde man auch in der Gesellschaft anders mit Frauen umgehen. Das zeigt sich so oft, also man sieht es ja schon an den Serien, ja. Man respektiert Frauen als Top-Anwältinnen. Man respektiert Frauen als Top-Ermittlerinnen. Sie meinen also, dass die Filme ein bisschen die Realität verändern können oder sie beeinflussen könnten? Dass die Gesellschaft wahrnimmt, Frauen sind nicht nur wirklich nach wie vor die Ehefrauen, die zwar berufstätig sind, aber eben ja alles so ein bisschen hier ein bisschen da machen, sondern dass es eben immer Frauen, Powerfrauen gibt, die alles schaffen oder vieles schaffen oder sich entscheiden, eben keine Kinder zu haben und ihren Karriereweg zu gehen. Warum jetzt? Die Diskussion gibt es schon sehr, sehr lange und wahrscheinlich haben sich auch in Amerika ein paar Leute Gedanken gemacht und haben gesagt und haben Stoffe gesucht, in denen wirklich starke Frauen verkörpert werden. Also auch zum Beispiel Steven Spielbergs, die Verlegerin mit einer grandiosen Marit Streep in der Hauptrolle. Ich würde sagen, man hat wirklich fokussiert und konzentriert nach Stoffen gesucht, die starke Frauencharaktere beschreiben und zwar in einer außergewöhnlichen Art und Weise. Endlich, die Kinowelt hat's verstanden. Wir können auch die Welt retten, vielleicht sogar noch besser. Und unsere Männer neben uns im Kinosessel haben auch was davon. Auch hier müssen sie nicht mehr den Helden spielen. Sie können sich entspannt zurücklehnen und vielleicht auch mal weinen. Vielen Dank. Vielen Dank.